Hannover, genau. Blicken wir nach vorne. Jetzt kommt eine Mannschaft, die müsste uns eigentlich liegen, denn, du wirst es nicht glauben, lieber Sebastian, Hannover ist eine Ballbesitz-Fußball-Mannschaft. Nein. Ja, und sie spielen gerne Kurzpass-Spiel. Es klappt halt nicht so oft, muss man nächsterweise dazu sagen. Spielt ihr jetzt erst unter dem neuen Trainer Ballbesitz-Fußball oder vorher auch schon? Ich glaube, dass er ein bisschen sich da mehr dem Gegner anpasst. Also unter Slomka war das deutlicher zu sehen, dass man versucht, Ballbesitz zu spielen und auch Kurzpass-Spiel gerne bevorzugt. Aber ich glaube, Kenan Kocak versucht da einfach, sich etwas mehr auf den Gegner einzustellen. Deswegen gehe ich nicht unbedingt davon aus, dass Hannover versucht, gegen den VfB Stuttgart jetzt mehr Ballbesitz zu haben oder so. Also ich rechne auch hier wieder mit einem tief stehenden Gegner, der versucht, mit Nadelstichen dem VfB das Leben schwer zu machen. Und wir müssen aufpassen. Ja, das liegt uns ja total. Super. Freue mich jetzt schon drauf. Die Euphorie. Ja, total. Ich habe eigentlich nur noch Lust auf Winterpause, weil das wird in Hannover wieder genauso aussehen wie gegen Darmstadt. Ja, gut. Ich habe kein Gegenargument. Wahrscheinlich hast du recht. Aber ich könnte sagen, auf was wir noch aufpassen müssen. Hannover war in den letzten 17 Spielen, wenn sie gefährlich wurden, häufig über ihre linke Seite gefährlich, sprich über unsere rechte Seite. Also auch hier wird es wieder so sein, dass Stenzel dann weniger ins Zentrum zieht und mehr damit zu tun haben wird, eben seine Seite dicht zu halten. Gerade wenn er ein Zielhast wieder spielen würde von Beginn an, dann ist es noch wichtiger, dass Stenzel hinter ihm absichert. Also da sollte man ein Auge drauf haben. Hannover ist übrigens auch gut, was das Konterspiel angeht. Also das ist eine der wenigen Stärken, die diese Mannschaft hat. Also da muss man aufpassen. Sie haben schnelle Spieler und können das dann auch ganz gut ausspielen. Auch wenn diese Spieler, die eben eine Geschwindigkeit mit ins Spiel bringen, zuletzt auch so ihre Probleme hatten. Also ja, da müssen wir mal drauf hoffen, dass die sich noch nicht so richtig wieder gefangen haben. Denn ich weiß nicht, ob du dir das Spiel angeguckt hast jetzt gegen Bochum. Die erste Halbzeit war grauenhaft von Hannover. Also das war, es sind ja immer wieder neue Superlativen bei Hannover, aber es war mit das Schlechteste, was ich seit doll gesehen habe. So will ich sagen. Um Gottes willen, okay. Der Doppel war schon ein absoluter Tiefpunkt. Also die erste Halbzeit gegen Bochum war richtig schlecht. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser. Und wenn sie so auftreten gegen uns, wie sie gegen Bochum in der zweiten Halbzeit gespielt haben, dann wird das auf jeden Fall eine harte Nuss. Da bin ich mir sicher. Sie haben gute Balleroberungen, haben eine robuste Spielweise. Das sind alles so Dinge, die uns das Leben schwer machen. Und dann müssen wir halt einfach auf die Schwächen von Hannover hoffen. Das ist die schlechte Chancenverwertung und dass sie anfällig über die Flügel sind. Also auch hier könnte Borna Sosa wieder eine tragende Rolle spielen, der mit Flanken, Pässen einfach für Gefahr sorgen könnte. Wichtig wäre dann, dass wir vorne einen aktiven Stürmer haben, der nicht schon auf Teilzeit ist, sondern auch noch so richtig mitmachen möchte. Ja, ist halt so. Dann lass halt einen Spieler spielen, der die nötige Ernsthaftigkeit noch hat und sich nicht ständig an irgendwelchen Videoassistenten aufreibt oder so. Mir geht das halt einfach auf den Sack, dieses Gejammer. Sorry, aber ich schweife schon wieder ab. Aber wo auf den Sack gehen? Ich sehe gerade, Dennis Aogo hat einen Stammplatz auf der Bank mittlerweile bei Hannover. Ja, der war zwischenzeitlich auch mal verletzt. Und ich glaube, dass Kenan Kocak jetzt nicht so auf Dennis Aogo setzt. Das ist mein Eindruck. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen. Würde mich nicht wundern, wenn er gegen Stuttgart spielen darf. Ja, weil du hast es ausgerechnet. Ja, du hast es ja so oft gesagt, als Dennis Aogo noch beim VfB gespielt hat. Du weißt halt genau, was du bekommst von Dennis Aogo. Ja, das ist allerdings wahr. Ja. Und gegen Mannschaften wie der VfB jetzt aktuell einer ist, nämlich einer mit viel Ballbesitz und mit einem gepflegten Kurzpass spielt, ist, glaube ich, ein Dennis Aogo auf der sechster Position nicht die schlechteste Wahl. Ja, und motiviert wird er sein. Davon gehe ich aus. Also, da ist noch eine Rechnung offen vielleicht mit dem VfB und dem einen oder anderen Spieler. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn er seine Chance bekommt. Aber auch hier sage ich, wie schon vor dem Spiel gegen Darmstadt und auch wie vor dem Spiel gegen Sandhausen und was es da noch für niederschmetternde Spiele zuletzt für uns gab. Wir müssen in Hannover gewinnen. Fertig. Also, wir sind besser als Hannover. Die haben vielleicht einen besseren Stürmer mit Henrik Weyland, der inzwischen schon sechsmal getroffen hat und auch ein Tor vorbereitet hat. Also, den müssen wir in den Griff bekommen. Aber sonst sehe ich den VfB deutlich besser besetzt. Übrigens, das ist auch noch interessant zu wissen. Wir sprechen ja immer davon, dass uns so ein bisschen der Knipser fehlt. Das wissen wir. Wir haben keinen Stürmer, der regelmäßig trifft. Hannover hat den. Und dann haben wir ja auch gesagt, es fehlt so jemand, der ständig Tore vorbereitet. Auch den hat Hannover mit Marvin Duxsch fünf Treffer erzielt, fünf Tore vorbereitet. Trotzdem steht Hannover relativ weit unten. Also, was ich damit sagen will, ist, der VfB macht es nicht so schlecht, wie manche das momentan so darstellen. Also, ich finde, insgesamt tritt der VfB einfach immer noch relativ gut auf für diesen Umbruch, den man auch im Sommer begonnen hat, muss man ja sagen. Und vor allem auch unter Berücksichtigung der letzten Saison. Also, wenn man das mit Hannover vergleicht und jetzt den VfB sieht und dann eben sich Hannover anguckt, dann muss man sagen, können wir schon froh sein, dass wir jetzt hier in Stuttgart aktuell Fan der Mannschaft sind, also des VfBs. Also, das ist in Hannover, hm, würde ich schwer finden. In Hannover sieht man auch Nürnberg, unsere Mitabsteiger. Da sieht es natürlich weitaus finster aus. Und, ja, ich habe auch gar keine Probleme mit dem Team, dem Trainer und dem ganzen System Zeit zu geben, ja, wenn man halt eine Entwicklung nach oben sehen würde. Und die sehe ich halt nicht. Also, für mich ist nach wie vor das Spiel gegen Hannover am ersten Spieltag das beste Heimspiel gewesen. Also, lassen wir das Derby mal ausgeklammert. Und seitdem, ja, weiß nicht, ist es für mich irgendwie eine Ansammlung von Kompromissen und Fehlentscheidungen und, ja, nicht so gutem Auftreten. Und deswegen, also, wenn ich eine klare Entwicklung sehen würde, dann könnte ich auch mit, ja, Auswärtsniederlagen oder Unentschieden leben. Aber diese, ja, diese Entwicklung, die geht mir halt einfach so, oder diese klare Entwicklung, die sehe ich halt einfach nicht. Und wenn dann jetzt halt kurz vor der Winterpause noch dann, ja, Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Team irgendwie nach außen getragen werden, dann, ja, bin ich mir halt echt sehr unsicher, ob es diesen positiven Trend dann noch geben wird oder nicht.